hmmm Wall Springs Santo Domingo Westbrook Ne, wo ist das denn? Ewood, the clan Ja Ewood, World Springs, star musician Mhm Gut So, Maus Hi Sama Hallo Oh, was ist das denn? Guten Morgen, ich hoffe ich störe nicht Der Generator, denkst du dran? Oh fuck, muss das jetzt sein? Guck mal was Nette Guck mal was Nette Das ist besser für sie Hä? Achso, ja Nehme den Nehme den Hm Hm Das ist immer mal ganz nett Okay So Wo ist denn jetzt unser nächster? Was? Ah, ja, ja Genau Ja Ja Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen Was ich jetzt machen wollte, ist die letzte Da Warum passiert das immer? Da will ich hin So, wo ist jetzt der Ripper Dock, wo ich hin will? Da Ja Ja Gut Mir fehlt nämlich noch ein wichtiges Cyberware-Teil und dann Gehen wir noch kurz zu Pan Am So Ja 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 Ist das Feindrück? Oder was? Irr Irgendwas kommt da an Dog Rider Hi Mal gucken, ob ich das jetzt krieg Super Super Also wie ich eben meinte Siehst du dir mal mein Chrom an? Na klar Mach's dir bequem Ich bin mal gespannt, ob ich es hin kriege Haben sie es hier? Aha Nein Ja Ich bin mal falsch. Also noch mal. Netwatch Netdriver. Nein. Was ist es denn? Denn nicht. Ah, vielleicht ist es das. Nein, ich bin falsch. Nein, das ist falsch. Netdog. Okay. So, ja, ja, Röpperdok. Santo Domingo. Pacifica. Stadtszentrum Downtown. Ayrouth Wallsprings. So, ich gucke mal ganz kurz. Ich mache mal ganz kurz Pause. Ich merke gerade. Äh, ja. Ich habe pausiert. Und jetzt sind wir hier. Also, zur Zusammenfassung. Hier gab es eigentlich nur Gespräch und ein bisschen Gekuschel, aber nichts Hartes mehr. Also kein Sex. Und, ja, sie ist auch so sehr, sehr, sehr anregend. Und, ja, gut. Und, ja, ich verlasse das. Mal schnell gucken. Äh. Ja. Haben wir da was Neues. Also, Lage hatte ich ja von woanders, ne? Schrotflinte ist die. Aha. Power. Achso, Quatsch. Ist ja völlig überquitzend. Ne, da haben wir alles. Alles klar. Dann. Jo. Also, wie gesagt, beim Röpperdok, ich muss erst Level 40 sein. Ich bin aber Level 31. Das heißt, das Suchen nach dem Röpperdok und in der Anleitung hat sich leider leider leider, leider dann erledigt. Ja. Entschuldigung. Ich bin ja nicht blind, ne? Was ist das? Oh. Okay. Weiß nicht, wo das war, aber egal. Ich hab's jetzt. So. Und hier? Was ist das? Was will er einschalten? Irgendwas ist hier verkehrt. Ach, komm. So. Also. Und deswegen haben wir uns dann mit Panam. Ich bin eher nackt. Dann lass mich mal ganz kurz. C wollte ich nicht. Das war ein C. Egal. Äh. I. So. Könnte ich bitte mal mich nochmal anziehen? Mhm. 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 Ja. Das bin ich dann wieder. Alles andere ist ja ausgerüstet. Ne, da fehlt noch eins. Was nehme ich denn? Das Scharfschützengewehr, das Gute, ne? Ja, okay. Okay. Haben wir da vielleicht was Besseres? Ähm... Upgrades? Vielleicht für das Scharfschützengewehr? Haben wir da was? Mhm. Mhm. Die könnten wir noch upgraden. Machen wir doch einfach mal. Mhm. Okay. Was ist mit dem? Der ist... Oh, 4 plus Ico, nicht der Revolver. Aha, den haben wir aber gar nicht dabei. Die Scharfflinte. Die haben wir dabei. Die werden wir... Ne, haben wir nicht, ne? Komm. Egal. Mhm. Ja, alles klar, ciao. Habe ich Schuhe an? Oh, jetzt weiß ich, was das C war. Crouchen. Ich habe Schuhe an. Ich habe Schuhe an. Öffnen. So, mache ich. Ah, ne, da nicht. Wo ist er denn? Da. Ich mache eine ganz kurze Pause, weil die Natur ruft. Ich bin gerade ein bisschen allergisch unterwegs, deswegen, ja. Und wir fangen dann einfach mal so mit Phantom Liberty an. Ich probiere das jetzt mal, ne? Bis gleich. So, diesmal vergesse ich es nicht. Ziel auswählen. Ne, Quatsch. War falsch. Ähm. Ja. Das da. Aha. Toll. Es geht noch nicht. Also erst das. Gut. Dann machen wir das. Es geht einfach noch nicht. Was ist das? Moment, warte. Was war das? Hey, wie? Ah, die müssen wir auch noch machen, ne? Gut. Ja, klar. Na, sicher. Na? Ach. Gut. Warum? Was ist das jetzt? Mache ich doch sowieso. Jetzt will ich aber erstmal ausnahmsweise... Ah, nein. Achso, er will einfach nicht. Da. Darf ich das bitte? Danke. Das müssen wir wohl machen, bevor wir zu Phantom Liberty kommen. Okay. Das Ding ist da die ganze Zeit schon da, aber... ja. Ich hoffe, dass wir das mit dem Lagerraum nicht vorher machen müssen, weil... ...dann habe ich echt ein Problem. Z. Genau. Mhm. Hä? Ja, das war's auch. Da gab's da auch Punkte für. Ich gehe mal zu. Ach, ich krieg mehr XP, solange ich, äh, immer dann wirklich gekuschelt hab. Wir haben gewartet. Wie hast du mich bloß erkannt? Die Haare, oder? Ich find' ich mich nicht verlaufen. Ich find' die so super. Ey, dein Lieb. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mir. Bald. Mhm. Wer ist gestorben? Hat das mit dem Job zu tun? Du denkst, wir führen für dich eine Beerdigung auf? Hm. Scannst du mich? Checkst, ob ich alleine hier bin? Was für'n Chromicher? Ist das ne Art Test? Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind Engel. Dich kennen wir nicht. Ihr habt ne interessante Geschäftsstrategie hier. Keine Details, keine Namen. Niemand weiß irgendwas. Wir kennen deinen Namen. Das reicht. Wo ist Brigitte? Kann ich mit dir reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung geht zu dem Fleischer dort. Frag nach Placid. Er erklärt dir die Details. Mhm. Das ist so geil kreolisch, würde ich mal behaupten. So, wo soll das sein? 80 Meter. Hast du so das französische Fort genommen? Dieser Stadt ist keine Ahnung. Woher ist die Entrance? Und wo krieg ich Medkits her? Da hab ich doch recht. Da hab ich doch recht. Mhm. Mhm. Das war's. Oh. Bist du Placid? Nein. Mhm. So ähnlich. Den mag ich ja gerne, er verarscht mich, das weiß ich ja schon, ich habe es ja schon gespielt. Aber ich mag den, der ist sehr ikonisch. Wo gehen wir hin? Willkommen in Pacifica. So, was ist das mit dir? Gleichgewichtsprobleme? Sehr versorgt, ne? Natürlich nicht. Pacifica war ganz, ganz, ganz schlecht. Unser Ziel ist die Gym. Die Grand Imperial Mall. Pacificas größter hässlichster Tempel der Ghia. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Ich hasse alles. Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Mit, die sind in der rulers. Die Serviöger. Die Superiore sind. Die Basis. Die Bescheidung. Die Bist du Spree. Die Verscheidung ist. Die Bist du Spier ist. Die Bescheidung. Vielen Dank.